Ich habe mich entschieden. Wir gehen dahin. Ich glaube, da war das letzte Ort, wo wir waren. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, das war wirklich der letzte Ort, wo wir waren. Hoffentlich. Naja, ansonsten werden wir es ja merken. Ich glaube, ich habe wieder Wurf drin. Ich habe meine Skill-Panette geändert. Nö, der ist auf Y. Hä? Meine Skill-Panette hat ja nicht geändert. Y. Okay. Na gut. Ich hoffe, Lisbeth kriegt mal ein Level ab hier. Was haben wir hier noch rumgegucken? Könige Genitz. Okay. Es wird hart. Okay. Ja. C'mon! 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 Fliegen wir hin! Warte mal eine Sekunde! Nö! Wir brauchen ein paar Springteufel hier! Heil dich selber! Komm, wir haben Spaß! Wir haben Spaß! Mann! Ah! Au! Vorrein! Voll reingelaufen! Au! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! So, ich lebe wieder! Alles schick! Nice! So, was ist das denn in der Natur drinne? Hm, Säbel! Braue ich doch gar nicht! Was will ich damit? Ah, jetzt ist mein Tempo-Star wieder da! Wollen wir mal auf den Weg machen! Ah, ich will mein Level abhaben! Ich weiß, dadurch renne ich gerade effektiv dafür, aber... Naja! Wir wollen auch weiterkommen! Ich will am liebsten alles! Und schnell weiterkommen! Okay... Uh! Hallo meine Schnuckis! Oh, endlich hat die Level ab! Alles! Was? Gehen wir... Da lang? Oh, ist eigentlich die Karte! Hm... Ist ja ausschlaggebend! Gehen wir mal da lang, würde ich sagen! Also, was passieren kann, dass wir nochmal zurück müssen! Hoffentlich! Wie putze ich denn alles da? Ah, ich will mein Duelsword Blade endlich machen können! Lass mich, mein zweites Schwertragen! Lass mich, mein zweites Schwertragen! So, wo sind wir jetzt gelandet? Okay... 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 Oh, die Reporter übersehen! Ach... mein altes Ich! Geht doch! Nope! Komm her, du! Ich hab einfach mein AP schon verbraucht. Nice. Haut alles drauf, was ihr habt. Come on. Geht da. Awesome. Einfach nur awesome. Come on, mach Damage. Bitte. Einfach nur Damage machen. Eieieiei. Soll grad nicht dort schon mein Auge atmen. Achja. Versuchen wir's nochmal damit. Ich hoffe, wir machen Damage. Wie ich immer kein AP habe. Komm schon. Wie schwer ist der nicht? Nice. Come on. Er ist K.O. Geht da. Oh, aggressive Skelett. Er soll die Truhe noch looten. Wind. Wind. Ja. Rot auf Rot ist halt echt kacke. Hm, Lanze. Das ist wieder das Schloss. Wir müssen halt noch weiter Richtung Osten. Ach, Menno. Ich hab doch gerade den eingekämmt. Und das noch? Wir müssen alle gestorben sein. Oh, genau. Peter mir alles schon mal schneller gefühlt kommt schon sie hat nicht eingreifen er macht nix mehr als die koordinieren kann ich auch nicht los er ist nur 37 ich wünsche gegen 41 gekämpft das ging schneller man gedacht wenn ich was würden wir hier weiterkommen und das noch ein lagerfeuer immer da lang vielleicht ist da ja noch ein fähiger schmied hat das teleportal aber schmied erz schmied am portal kommen Ah, oh Gott, viel. Bestienzahn. Gerade. Nein, dann ist es so. Sieht wie ein weiteres Teleporter aus, aber meine Glyph aktiviert die nicht. Come on! Weißt du, wir müssen noch mal eins zurück und da dann noch mal gucken. Muss ja dann nach unten statt nach rechts. Ein bisschen Lisbeth, ein bisschen mit Leveln hier. So, hier ist auch noch ein Teleporter. Ach man, nu. Den wollte ich doch jetzt gar nicht machen. Ah, mit Lisbeth in der Gruppe macht es dann viel mehr Spaß. Bitte! Easy! So macht man das. Ganz einfach. Skelette, über Skelette, über Skelette. Eigentlich müsste ich die mal ausmerzen hier. War irgendwo schon bei 28er Skelett. Wo ist das hin? Da. Bringt nämlich ganz gut EP, finde ich. Komm mal her, du hüpferndest Libertai. Wir machen bald Quests nebenbei. Das passt schon. Find ich fast Level A. Schafft das heute doch. Krieg das noch hin? Irgendwie. So, jetzt Richtung Süden. Ich werde schon schief gehen. Ich werde schon schief gehen. Ich werde es nicht. Kann ich in den Materialien? Oh doch. 1. Voll. Super. die letzte und mehr immer hier lang ja ich sehe mal level up schon kommen Ich will nur diesen Skill. Oh man, ne, weib die. So. Ah, noch 1.000 Part zerquetschte EP-Punkte. 1.000 und ein paar zerquetschte. Let's go. Ja, ein Quest-Punkte. Ach, hier sind die blutigen Sensor. Ich hab sie schon gesucht. Oh, wen nehm ich für ne Quest? Cool ist halt, also, die Quest verraten halt immer schon ein bisschen, äh, was kommen wird an Monstern. Vor allem die Jagd-Quests. Achja, ich bin Teleporter. So, ich brauch noch ein paar Sensor. Wo seid ihr denn? Ich muss keinen Sensor haben. Häufliche Brecher müssten aufgehen. Immer schon andere Fein arbeiten lassen. Was geht denn bei denen? Das ist fiesig. Oh, eine Glühfe. Meine. Es beginnt. Lolle, Ende war schon fast down. Lolle, Ende war schon fast down. Ich habe noch eine Glühfe gefunden. Vielleicht aktiviert sie irgendwo einen Teleporter. Ich bin nicht der, wo wir gerade herkommen. Dann weine ich. Ich will aber eigentlich erst mal ein Level abhaben. Ich bin gleich noch die Karte, wo das ist. Könnt ihr teleportieren? Voll vergessen. Vergesst das immer. Weil du ja immer erst alles erkunden musst und dann darfst du dich teleportieren. So, und durch das erkunden aber denke ich immer, hm, nein, du musst erst laufen und dann darfst du teleportieren. Ist da. Mit dem großen Wächter jetzt mal vorbei. So. Ich bin in ein Gebiet, wo ich glaube ich abgehen kann. Go, go. Wow. Mädels, Team. Wir schaffen das. Endlich können wir das Teleportal nehmen. Okay, Teleportal. Klingt irgendwie lustig. Ein Telefonierportal. Schau mal was. War es das, was hinten hinter dem Gebiet des Bosses war? Okay, schauen wir es an. Ach, den ziehen wir jetzt auch durch. Eben der Ritterrüstung, okay. Eben der Ritterrüstung ist zerstört. Eben der Ritterrüstung ist zerstört. Dich sind jetzt voll krass, ne? Eben der Ritterrüstung ist zerstört. Eben der Ritterrüstung ist zerstört. Eben der Ritterrüstung ist zerstört. Wo ist das? Ich bin da. Ein da. Oder? Ah, doch. Hatte das Teleporter? Nie wieder laufen. Ich habe glaube ich auf der Westseite auch den Teleporter verkackt. Deswegen ist der da noch nicht aktiviert. Weil die immer da dummerweise dahinterstehen. So, jetzt aber. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Endlich! Tempomaster 2000! Dieser Ladefisch wird einfach nur langweilig. Danke, wir sparieren. Attacke! Rauf da! Ah, jetzt schwere. Das erklärt einiges. LOL! Ich wollte angreifen! Aber gut! Ich komm hier nicht weg! Come on! Okay Dads, angreifen! Angreifen! Danke! Yeah, slow following! I find a slow following! Come on! Waldpilze, hm? Decker! Komm her! Für diesen EP-Balken traf ich einfach schon. Come on! Nur noch ein bisschen! Nur noch ein bisschen! Und dann sind wir auf Level A! Nur noch ein bisschen! Nur noch ein bisschen! Dann können wir uns freuen! Oh ja! Ich will Level Up gehen! Ich will doch den Level Up haben! Ich will doch den Level Up haben! Ist ihr! Manu! So! 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 Ich muss aber die Ex-Kill jetzt echt mal machen. Da. Verschwerter, ja! Wir haben uns Verschwerter! Und doch halt die Püber. Wir haben uns Verschwerter! Party!